Alex will nur gleich einmal mit uns ein, hier sprechen wir uns in der Couch einmal versammeln, dass wir alle zusammen sprechen, das machen wir gleich am besten. Bombe fällt gleich. Ist mir nicht gefallen. Ne, der hat auf euch gewartet. Echt jetzt? Wer? Alex? Liebe Freunde, jetzt kommt eine krasse Konfro. Also, wie ihr heute mitbekommen habt, gab es eine lautstarke Auseinandersetzung mit Diana. Und ich möchte euch nur meine Sachlage erklären, weil ich gehört habe, dass hier halt irgendwelche Storys rumerzählt werden. Und ich möchte nicht, dass ihr halt nur eine Meinung habt und es euch selbst überlassen, was ihr glaubt, was ihr nicht glaubt. Also sowas war alles andere als notwendig. Ich hatte nie eine Chance bekommen, dich kennenzulernen. Ich hätte dich sehr gerne kennengelernt. Und dann finde ich das nicht okay, wenn ich dann als penetrant oder als aufdringlich oder unter Drucksetzer dargestellt werde. Ich laufe niemandem hinterher. Und dann ist das nicht okay, dass man hier rumrennt und jedem irgendwie seine Meinung ins Ohr flüstert, um irgendwelche Leute auf seine Seite zu ziehen. Sache nicht, du willst mich kennenlernen, du bist deswegen hier. Und tust es aber im Endeffekt nicht. Die Ansprache von Alex in ganzer Gruppe war für mich sehr verwirrend, weil ich mich komplett fehl am Platz gefühlt habe. Als ich gesagt habe, dass ich dich kennenlernen möchte, das war mein Wunsch. Danach waren wir verkappelt und da habe ich mich halt nicht mehr wohlgefühlt. Und wenn ich zu meinen Gefühlen stehe und die auch so äußere, dann finde ich das, ich finde, das ist dann alles andere als fake, wenn ich dazu stehe, statt dir was vorzusprechen. Du hast mich nie kennengelernt. Du verstehst mich nicht. Ich sage dir, ich habe kurz danach gespürt, von meiner Seite war es halt einfach nicht da. Wir haben in drei Tagen eine Stunde gequatscht. Und dann kannst du nicht entscheiden... Aber eben, ich habe es nicht gefühlt. Das tut mir leid, ich habe es nicht gefühlt. Ich finde, du hast nie eine Chance gegeben. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Aber ich merke doch, wenn ich mich mit dir unterhalte, wenn ich mit dir Zeit verbringe, dass das nicht das ist, was ich will. Ich brauche mich nicht recht zu fertigen. Mich wundert es einfach nur, dass du beim Date sagst, hier, das wäre nur Freundschaft, da würde nie was sein. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Und zwei Stunden später ist es halt nicht mehr so. Und das ist für mich fragwürdig. Wie kann man in zwei Stunden seine komplette Meinung ändern? Es kommt geplant rüber. Als hättest du geplant, mit ihm dich zu verkappeln über mich, damit du nicht Melissa und ihn zerstörst, sondern dass die sich aus einem selber trennen. Das ist meine Meinung. Ja, glaube ich auch. Au! Ich bin ja unparteiisch. Ich habe nichts gesagt. Ich schwöre. Nein, ich wollte dich kennenlernen. Ja, aber die Gefühle hast du von Tag an gesagt. Seit Tag eins. Nein, ich habe die Gefühle nicht zugelassen. Hör mir mal zu. Hör mir zu und verdreht mir meine Worte nicht mal. Das glaube ich dir nicht. Das meine ich an alle. Verdreht mir meine Worte. Ich habe es bei mir nicht zugelassen. Es ist mir scheißegal, was du glaubst. Ich wollte dich kennenlernen, deshalb habe ich dich gewählt. Und eine halbe Stunde später hat es ja nicht mehr harmoniert. Ich habe es versucht. Du hast mit Riccarda gesprochen, mit Melissa, mit Danilo, mit Sydney, mit allen außer mit mir. Du sagst, du hast Interesse an mir, aber führst eine Viertelstunde Gespräche mit allen dann ein paar Stunden. Das ist für mich widersprüchlich. Das ist für mich Fake. Das, was du jetzt gemacht hast, vor allem ist für mich Show. Das, was du heute gemacht hast, ist für mich Show. Rauch zu rennen und alle in dein Bann zu ziehen. Das ist für mich Show. Hey, hey, Leute, Leute, Leute. Alter, ich habe das Recht, mit Freundinnen, die ich verstehe, zu reden. Ja, ja, alle rüberziehen. Habe ich jemanden in mein Ding gezogen? Ich musste niemanden anquatschen. Das ist der Unterschied. Alter, sag mir jetzt, dass das nicht übertrieben ist. Oh, oh, er hat den Zorn von Maleficent auf sich gezogen. Viel Glück, Alex. Ihr habt ein Highlight von mir verpasst. Abonniert den YouTube-Channel, drückt die Glocke und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Das ist die Glocke und wir sehen uns.